Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Arbeiten um Zeit zu füllen. Oh Gott! Jetzt ist er bei Minecraft, da war ein Creeper. Ja ohne Scheiß, genau das ist gerade passiert. Ich habe auch gestartet. Achso, wäre es okay, wenn ich nebenbei Minecraft spiele? Es ist nie okay Minecraft zu spielen. Das stimmt. Moment, ich hatte jetzt wieder Bock da drauf, okay? Ob du mal den Leuten am Empfangs-Bolzorino mal erklären kannst, was denn schon wieder Minecraft ist, was soll das denn? Achso, Moment, die Musik hat man jetzt bestimmt, die muss ich auch noch ausmachen. Minecraft ist ein Spiel aus 2009, das aber seitdem nicht langweilig geworden ist und auch absolut nicht gealtert ist. Und durch die zurzeit andauernde Situation hatte ich jetzt mal wieder Bock da drauf, ich weiß auch nicht. Normale Leute spielen jetzt Sims. Sims? Ja. Sind die Pläde. Also ich habe auch keinen Sims aktuell, aber... Bei Sims ist man auch die ganze Zeit nur zu Hause, oder? Bitte was? Bei Sims ist man doch nur zu Hause. Ja eben. Gewissermaßen. Man kann auch arbeiten gehen, aber das sieht man in der Regel nicht. Man kann arbeiten. Naja, in dem echten Leben. Das Ding bei Sims ist... Alle wollen nicht, wie zum Beispiel Tino, der nicht Spargel stechen will. Wie jetzt? Der hat doch in der letzten Folge gesagt, er würde gerne. Hat er das, ja? So habe ich mir das gemerkt. So steht es auch in der Oase. Okay. Von dieser Aussage distanziere ich mich nicht. So haben das doch alle Hörer gehört. So, so war es. Also jetzt schicken wir den mal hier schön Spargel stechen. Nee, 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 nee. Der braucht mal ein bisschen Muckis. Ich hatte noch vorher den Gag gerade mit Sims, dass es da schon lange ein bedingungsloses Codeinkommen gibt in Form von Motherload. Ist das so? Kenn ich nicht, aber ich... Das ist der Cheatcode. Egal. Für Geld. Ach so. Ja, die Frage ist... Ich hätte es einen Cheatcard auch im echten Leben, ne? Noch nicht. Ich hätte sonst noch darauf eingehen wollen, dass die Spargelstecher die Messerstecher sind. Ja, sind... Das ist schön. Vom Messer zum Spargelstecher. Das muss ich mir aufschreiben. Nee, weil du, du hast ja gesagt, ach, da kommen immer die ausländischen Hilfskräfte und das ist, das ist unter meiner Würde. So habe ich es in Erinnerung. Ganz genau, so habe ich das gesagt. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Aus der Datenautobahn. Dein Maul. Gut, dann sage ich halt die nächste Stunde nichts mehr. Autobahn klingt sehr gefährlich. Schön, dass du da warst. Tschüss. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Tino Ranacher. Und Herr Rodes Armloch. Und Robben Nosterrafu. Das geht zu dritten nicht so einfach. Herr Rodes ist der Einzige, der sich selbst vorstellt. Das finde ich gut. Sollten wir beibehalten. Ich wäre dafür, dass alle drei nur mich vorstellen, weil ich mich dann gut fühle. Okay, wir sind Brennpunkt Internet mit Herr Rodes Armloch. Herr Rodes Armloch. Perfekt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das besser klappt. Ja, wir fassen die Geschehnisse der letzten Woche zusammen und blicken darauf zurück. Und blicken vielleicht auch nach vorn in dieser schweren Zeit, liebe Leute. Verzaget nicht. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir im Radio laufen, Tino. Hast du da aktuelle Informationen? Das musst du doch eigentlich wissen. Also runtergeladen wird das immer. Wollte ich gerade fragen. Aber ob es tatsächlich läuft, habe ich nicht überprüft. Wollte ich gerade fragen. Du schickst doch immer die Dateien an dir. Das ist völlig uninteressant. Nein, nicht für unsere Radiohörer gerade eben. Wenn es die noch gibt. Achso. Ich weiß es nicht. Weißt du, die sind alle gestorben, weil die Zielgruppe sind? Also ich höre ja kein Radio. Ich habe keine Ahnung. Also erstens werden die jetzt wahrscheinlich, das darf man ja gar nicht sagen, aber die sind ja eine Risikogruppe, unsere RadiohörerInnen. Aber ob wir laufen, keine Ahnung. Ich konze, Tino. Hast du auch schon Corona, ja? Nee. Ich habe CoronaInnen. Oh Mann. Ja, ein großer Spaß. Ich trauere ja am meisten um unsere ganze Fanpost. Wir wurden ja immer überhäuft bei Radio Lotte mit Briefen und Geldbeträgen. Und die können wir jetzt nicht mehr entgegennehmen. Ich glaube, die brennen damit gerade durch. Die feiern eine fette Fete. Sind das wieder Dinge, die ich nicht sagen darf über Radio Lotte? Oder ist das noch im grünen Bereich? Ich glaube, das ist eh abgefahren jetzt. Das ist egal. Der Zug ist abgefahren. Also der Punkt ist einfach, dass mindestens eine Person uns bereits eine Post geschickt hat und die ist noch nicht angekommen oder wird auch nie ankommen. Und deswegen glaube ich, dass die da immer so, die holen dann immer die Briefe raus und bringen die ins Büro und dann freuen die sich und sagen uns nicht, dass das angekommen ist. Die stecken das Geld ein. Das wird unterschlagen. Ja. Mit den 20 Euro machen sie fünf Döner essen. Die kaufen dann auch einen Praktikanten. Ja. Gut. Das aber in eigener Mission. Oder hast du noch was, Tino? Oder auch Herr Hodes? Beschäftigt euch etwas? Mich hat interessiert. Ich habe mal eine Postkarte geschickt an brenn.net. Die kam auch an. Die Frage ist, wisst ihr welche? Ich glaube, das könnte sogar die sein, die ich hier noch hängen habe. Ich habe hier gerade neben mir hängen, Kölsches EKG. Gut, das ist ja auch ein bisschen offensichtlich. War es dir, ja? Weiß ich nicht. Ach so. Doch, doch. Also Tino, was geht denn gerade in deinem Leben vor? Ich muss gerade viel arbeiten, das nervt mich ein bisschen. Ich dachte jetzt zur Corona-Zeit irgendwie, ja, komm, die ganzen Sexualpädagogen sind gerade nicht so gefragt. Jetzt geht es viel mehr um Virologen. Na doch. Wir hatten es doch festgestellt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Es kommt ja keiner zur Beratung. Also irgendwie ist es gerade, ist nichts los. Aber irgendwie müssen wir auch zusehen, dass wir unsere Arbeitszeit füllen. Und das ging bis jetzt ganz gut. So ein Bullshit. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als arbeiten, um Zeit zu füllen. Oh Gott. Jetzt ist er bei Minecraft. Da war ein Creeper. Es ist gerade, ja, ohne Scheiß. Genau, das ist gerade passiert. Genau, das ist gerade passiert. Gott, oh Gott. I'm sorry. Aber Tino, vielleicht macht ihr einfach stattdessen Hausbesuche so aktive, nicht Sterbe, wie bin ich jetzt auf Sterbehilfe gekommen? Aktive Sexualhilfe am lebenden Objekt quasi. Ja, nein, wir versuchen ja schon auch sinnvolle Dinge zu praktizieren. Das machen wir auch. Und ich darf sogar Videos drehen. Und so aufklärerisch, weißt du, wie man sich Aids holt und wie nicht. Okay. Also HIV. Und stellst du das da? Das ist bildende Kunst. Ich möchte nicht spoilern. Okay, alles klar. Also ich kann in eigener Mission sagen, dass der Freund eines Freundes von einem Freund hat festgestellt, dass Gerichtsvollzieher und Konsorten in der Zeit von Corona nicht Hausbesuche machen. Das ist voll gut für die Person. Ja. Das heißt, du kriegst direkt einen Haftbefehl zugeschickt. Wahrscheinlich. Wäre ich? Ich doch nicht. Das heißt, wenn die Person, die du gerade meinst, keine GEZ zahlt, dann kann nichts passieren vorüber. Ich weiß nicht, wovon du redest. Als Beispiel. Also da kommt ja auch dann der Gerichtsvollzieher und der kommt jetzt nicht erstmal. Ich finde schon, dass wir dazu stehen können, dass wir das nicht bezahlen. Ist der jetzt weg? Hallo? 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 Ich rede über den Creeper. Ja, ich dachte es mir jetzt schon. Also ich distanziere mich von jeglicher Form der Kritik an den GEZ-Gebühren. Och Tino, ey. Du findest, Kritik ist eine Sache, von der man sich ohne weiteres distanzieren kann? Ja. Ohne sie jemals angehört zu haben, dann verstehe ich, warum man die GEZ nicht bezahlen sollte. Ich kenne die Kritik aus vielen Seiten, aber ich spucke nicht in die Suppe, die mich nähert. Das ist halt der Punkt, ne? Das ist halt der Punkt. Nein, es gibt doch sinnvolle Argumente, warum es sowas gibt und warum wir einen öffentlich-rechtlichen Sender brauchen. Das hat schon alles seinen Sinn, finde ich. Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, ich möchte nicht in einen Vertrag verwickelt werden, der mich dazu veranlasst, Geld zahlen zu müssen, den ich nicht unterschrieben habe. Du zahlst ja auch Steuern. Steuern sind was anderes, das ist kein Vertrag. Weiß ich nicht, Vertrag, ob es da Verträge gibt, keine Ahnung. Und ich sag mal, ich werde auch nicht dazu angehalten, monatlich eine Steuer von einem bestimmten Betrag zu bezahlen. Aber das können wir gerne mal in einem Brennpunkt-Hörerwunsch bequatschen. Ja, gerne, kauft uns, liebe Leute, kauft euch für 20 Euro. Nee, 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 den gibt's für 17,50. Da gibt's einen Rabatt. Oder bald auch 18 Euro, noch was, ne? Ab nächstem Jahr, also kauft ihn jetzt, noch ist er günstig. Für 19,99 Euro, ein Brennpunkt-Hörerwunsch zum Thema GEZ. Würde mich sehr freuen. Ich mach euch fertig. Dann würde ich aber vielleicht auch empfehlen, einen Stargast einzuladen, wenn der denn Interesse hätte. Heinrich? Ja. Also, um euch anzuspornen, eventuell soll ich für sowas zu interessieren. Heinrich war zwei Wochen im Knast wegen GEZ. Das ist keine Verarsche, das ist wirklich so. Ehrlich? Ach krass. Ja, der saß in der JVA Köln. Ich hab ihn besucht. Aber er hat gesagt, es gab wunderbare Lasagne. Immerhin. Ja, gut, das also zu uns. Dann schauen wir doch mal, was ist denn diese Woche wieder passiert. Und wir kommen nicht drum rum, liebe Leute. Wir sagen die aktuellen Zahlen durch. Wie ihr euch vielleicht erinnert, letzte Woche haben wir es geschafft, die eine Millionen-Marke zu überschreiten. Und wie viel haben wir denn jetzt eine Woche später? Glaube ich, oder? Ja, 1,58 Millionen weltweite Fälle. Das ist natürlich jetzt der Stand. Also gestern hat allein New York Spanien überholt. Was? Ach ja, Spanien überholt. Aber nur New York. Ja. Also die USA haben jetzt bereits dreimal so viel wie der Platz 2 weltweit. Da kann man auch nochmal kleinen Applaus spenden. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Und viele, viele, ach so, Deutschlandzahlen, die sind, ich war übrigens sehr, sehr gut, ja. 96.000 habe ich richtig gecallt am Sonntag um 12 zur Veröffentlichung. Ich habe viel pessimistischer geschätzt. Und die Zahl, die ich gesagt habe, 120, ist heute noch nicht eingetreten. Ja, wir haben 118.000 aktuell. Ich bin mehr als froh darüber, mich getäuscht zu haben. Ja. Aber, und da gehe ich auch mit, da jetzt irgendwie zu schnell zu sagen, ach, na geil, na dann machen wir jetzt hier wieder Rudelbumsen quer durch die Stadt. Das wäre vielleicht nicht der richtige Ansatz. Ja, das würde halt dafür sorgen, dass es wieder mehr wird, ne? Ja. Im Moment. Nun gut, das auf jeden Fall. Aber ohne Spaß, wir haben tatsächlich, wie ich auch gecallt habe, einen Kondomengpass. Es wird einen Kondomengpass geben, ja. Weil die Produktionen gerade runtergefahren werden. Wie lange braucht das denn von der Infektion, bis man das merkt, wenn man Aids hat? Gute Frage, und zwar, also Aids merkst du sofort, relativ schnell, aber HIV. Aids ist ja der Ausbruch. Ja, HIV, ja, meine ich ja. Also HIV merkst du oftmals jahrelang gar nicht. Also manche Menschen haben so eine leichte Erkältung, so Erkältungssymptome wie bei Corona, kann man sagen. Manche merken aber auch jahrelang gar nichts, bis dann irgendwann tatsächlich dann Aids. Also es gibt da keine feste Zahl, von der man sagen kann, so ungefähr drei Jahre oder sowas bist du... Ich denke, das hängt ganz vom Immunsystem ab, oder? Ja, richtig, das ist sehr unterschiedlich. Also manche merken tatsächlich etwas nach wenigen Wochen, auch Aids kann früh ausbrechen, aber manche leben damit fast zehn Jahre lang und merken nichts. Und es gibt auch sehr viele, vor allem Frauen, die Aids bekommen, weil bei denen kein HIV-Test gemacht wird oftmals, bei weiblichen Personen. Was ich mich gerade frage, man kriegt ja HIV in den Griff, ist das unterschiedlich in den Griff zu kriegen, je nachdem wie früh man das merkt? Ja, tatsächlich, du kannst HIV quasi nicht rückgängig machen, du kannst es nur stoppen. Das heißt, die Viruslast wird ja immer höher, wenn du HIV hast und dein Körper wird immer mehr befallen. Und sobald du in Therapie bist, also Tabletten nimmst und so weiter, ab dann wird quasi die Ausbreitung gestoppt und die Virenlast wird runtergedrückt. Aber wenn du einmal Symptome von Aids hattest, hast du halt dann für immer quasi diese Aids-Symptome. Also es ist am besten, wenn du jetzt, keine Ahnung, rotzenvoll ohne Gummi mit einer gepennt hast, sofort einen Test zu machen und dann hast du es erkannt und dann ist es halt deutlich besser, als wenn du es Jahre später erst mal... Nicht ganz, du kannst, also HIV wird erst ab drei Wochen nach dem Sexualkontakt nachgewiesen werden. Okay, also wenn du dann drei Wochen später den Test machst und merkst, okay, positiv ist das halt deutlich besser, als wenn du das dann erst bei Symptomen merkst. Auf jeden Fall, also wenn du Risikokontakt hattest, dann würde ich zu einem Test empfehlen beim Arzt oder bei einer Aids-Hilfe, ja. Okay. Ich wollte ja nur ein Szenario entwerfen, in dem es dann heißt, Ochtertino jetzt in exakt 36 Monaten hat er einen rapiden Anstieg an Fällen, was dann auch hiermit konkurrent ist mit diesen ansteigenden Geburtenraten, die wir dann vielleicht in acht Monaten bekommen. Aber lasst uns doch nicht zu viel über Viren aus den 90ern reden. Wir wollen doch über Viren aus dem 21. Jahrhundert mit euch quatschen. Das stimmt. Liebe Leute, Boris Johnson ist zwischenzeitlich in Intensivpflege gewesen und jetzt geht es ihm aber wieder besser. Wir können aufatmen. Das finde ich schön. Ja, man wünscht ja keinem, dass man jetzt hier irgendwie abnippelt, aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es wirklich jemanden erwischt, der sehr, sehr bekannt ist. Also ich war tatsächlich in Skype-Konferenzen, wo es dann hieß, ach, wenn der abnippelt, das wäre gar nicht so schlimm. Naja, ich habe ja auch eine leichte Tendenz zur Sensationsgeilheit, insofern hätte ich da nicht 100% drunter gelitten. Aber natürlich denkt man dann zum anderen auch, auch wenn es ein Boris Johnson ist, hat er Leute, die extrem traurig wären, wenn er stirbt und er hat auch ein Interesse am Leben. Also würde ich es ihm klar nicht wünschen. Eben, keiner. Ja, also ich wünsche das auch keinem, aber also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre dann erschüttert oder so. Es wäre mir halt schon weitestgehend egal einfach. Naja, es wäre sogar ein bisschen sensationell, nur egal, was ich sagen würde. Ja, natürlich. Ja, stimmt schon, aber ich wäre nicht irgendwie emotional in irgendeiner Form negativ davon beeinflusst, glaube ich. Genau, genau. Nun. Man wäre menschlich vielleicht ein bisschen betroffen, wie bei jedem anderen, der auch stirbt. Ja, kann ich ja auch nachvollziehen so, aber also, come on. Das war auch mal so ein John-Lazua-Ding. John-Lazua übrigens, danke Corona, er ist wieder zurück. Er hat zwei Songs veröffentlicht, nachdem jahrelang Stille war. Der hat auch mal so ein Video gemacht, so, wenn wir komplett ehrlich wären mit uns, das war so eine Monsanto-Parodie. Wenn wir komplett ehrlich wären, nicht Monsanto-Parodie, sondern Kritik. Wenn wir komplett ehrlich mit uns wären, so, überall auf der Welt sterben kleine Kinder and I don't give a fuck und so. Und der End-Twist ist quasi, wenn du einmal komplett ehrlich wärst, wärst du ein ziemliches Arschloch oder so und immer noch meilenweit besser als Monsanto. So ungefähr war die Prämisse. Ist ganz witzig. Ja, das mit Monsanto ist ein bisschen kontrovers. Mhm. Auch nur ein bisschen. Was auf jeden Fall nicht ganz so witzig ist, ist, dass eine Person, ein Doktor, der Boris Johnson gewarnt hat, dass die Schutzkleidung nicht richtig ist, der ist an Covid-19 gestorben. Und das ist wiederum so ein Ding, das ist uncool. Ja, ist eh uncool, klar. Bei jedem, denen es trifft. Ja, aber, weißt du, das sind halt wirklich die Leute, die an der Front stehen gerade und die dann sagen, ey, hier gibt's Probleme und da und irgendwie, ich weiß nicht, wo es gerade, ich glaube, es war auch England. Lest es nochmal nach. Irgendwo wurde aus China so Schutzkleidung bestellt, die dann auch nicht funktioniert hat und so. Was ich halt daran zynisch finde, ist halt, dass Boris Johnson es überlebt hat, obwohl er einer war, der es erst auf die leichte Schulter genommen hat und der Arzt halt nicht so. Ja. Das ist für mich halt die Sache, die halt eigentlich schade ist, wo ich, wenn ich mich entscheiden könnte, das halt auch anders gewählt hätte. Ja, natürlich. Ja. Aber eine Person aus England, die wird nicht daran zugrunde gehen, denn, Tino, wenn wir schon versucht haben, ihren Tod zu prognostizieren und daran gescheitert sind, dann schafft es Corona auch nicht. Ich denke auch nicht. Die Queen. Die ist ja isoliert, stimmt. Und warum ist, warum ist die Queen so relevant? Ich habe es unter der Überschrift Queenscreen. Denn sie hat seit langer, langer Zeit mal wieder eine öffentliche Rede gehalten im Fernsehen, so fünf Minuten. Also natürlich geskriptet und alles, aber egal. Und hat dabei ein grünes Kleid getragen. Und die Leute haben natürlich sich einen großen Spaß daraus gemacht, ihr dann irgendwelche Metal-T-Shirts oder sowas anzuziehen. Ach nein, das habe ich gar nicht mitbekommen, wie witzig. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Das war, glaube ich, für mich das erste Mal, dass ich bewusst ihre Stimme mitbekommen habe. Weil die ist ja wirklich sehr zurückgezogen, ne? Ja, aber ihre Stimme kennt man doch durch ihre vergangenen Reden. Also ich kenne die. Ja, ich gucke mir doch keine vergangenen Reden von der an. Also ich habe die nicht als sehr präsent, aber ich interessiere mich halt auch null für irgendwelche Royal Families oder so einen Scheiß. Ja, nein, das ich auch nicht. Ja, die ist ja schon eine gewisse politische Figur. Ja, aber was macht die denn? Die ist ja, also Merkel zum Beispiel sieht man ja auch vergleichsweise wenig. Und die Queen macht ja nichts so. Die ist auch eine Königin, die muss auch nichts machen. Ja, gut. Ich habe es eh nicht ganz verstanden, was die Briten da für ein System haben. Auf der einen Seite eine Demokratie, auf der anderen Seite sitzt da auch wie eine Königsfamilie, die aber irgendwie nichts zu sagen hat. Aber irgendwie schon so ein bisschen. Naja, also ich habe mal in Sozialkunde gehabt vor zig Jahren, dass die Queen schon noch irgendwie so Notstandsgesetze quasi in Kraft treten lassen kann. Und quasi die hundertprozentige Macht an sich reißen kann in Notfällen. Und dann quasi schnell Entscheidungen treffen kann, ohne mit irgendeinem Parlament sich das abzuquatschen. Aber ich glaube, sonst ist das schon ähnlich wie, ja, also das ist glaube ich nicht so anders wie andere. Das ist halt parlamentarische Demokratie. Aber das ist ja voll praktisch. Ich glaube, das ist eher so Prestige mittlerweile, so dieses ganze Königshausgelumbe. Also klar, die sind schon irgendwie Vorreiter, aber die machen ja die Gesetze nicht. Ja, die ist so ein Notfallschirm. Wenn alles schief geht und es schnell gehen muss, dann sagt die Queen, stopp, jetzt bin ich dran. Ich erlasse jetzt mal, dass das passiert. Ja. Ja, aber wenn das nicht im Sinne der Demokratie wäre, würde da auch ziemlich schnell was passieren, dass sie wieder entmachten würde, glaube ich. Vermutlich, ja. Das ist wirklich nur so ziemlich symbolisch, ne. Also ich glaube, sie würde nichts tun, was nicht im Interesse des Parlaments wäre, zumindest nicht allzu oft. Ja. Ich habe mal gelesen, dass wenn der Präsident sie besucht in Großbritannien, dass sie das Recht hätte, ihn zu erschlagen. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon bei ihrem Podcast. Ich glaube auch. Und schon diese Macht zu haben, ja, schon das Wissen, ich dürfte es, das muss für sie so befriedigend sein. Ja, aber in ihrem Land gelten ihre Gesetze, ne. Oder halt nicht. Aber ich glaube schon, dass das da so, also so umstandsmäßig ist, so, weißt du? Also wenn die Person friedlich kommt, geht das vielleicht nicht einfach so. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist wieder dieses berühmte Achtelwissen, von dem wir überreden. Aber eine gute Nachricht, eine gute Nachricht, Corona sorgt dafür, dass es eine Waffenruhe gibt im Jemen. Den hat es auch Saudi-Arabien erlassen, um die Menschen zu schützen. Das ist doch toll. Dass erst ein Virus kommen muss, der alle tötet, wenn wir die Kriege endlich aufhören. Ja, es ist großartig. Dieses Kämpfer trauen sich nicht nach Europa wegen Corona. In Brasilien sagen die, die Gangs statt Bolsonaro, ey, Ausgangssperre it is. Das ist schon großartig, was da auf der Welt passiert. Das kann doch eigentlich ein Dauerzustand werden. Also ich hätte nichts dagegen. Na. Wenn Gangs Ausgangssperren verteilen? Ja, absolut. In dem Fall ist es quasi gut, aber trotzdem nicht so geil. Ich habe ja immer noch Hoffnung auf dieses Jahr Freibad. Ja. Das wäre schade, wenn es wegfahren würde. Freibad und alle sind in so, wie beim Jurassic World Video, in so Bällen drin. In so Bällen drin, ja. Genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ach, Tino, du alter Pessimist. Naja, ich wollte auf jeden Fall sagen, die Queen hat eine schöne Rede gehalten. Ich fand das ganz nett. Ja, kann man sich mal antun. Und man merkt halt einfach einen deutlichen Unterschied zu unserem besten Freund Donald Trump. Ach, man merkt einen Unterschied zwischen der Queen und Donald Trump. Ja. Aber nur optisch. So ein bisschen. Ja, aber ich meine nur, guck dir das halt mal an. Das führt dir das nochmal vor Augen, wie absurd das ist, was in Amerika stattdessen passiert. Es ist halt echt. Ich sag's, in ihrer Freizeit grabt die Queen auch Pussys. Auf jeden Fall. Habt ihr auch gelesen, dass Trump der WHO droht, ihnen die Gelder zu entziehen? Ja, 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 habe ich gesehen. Ja, ja. Also wortwörtlich hat er wohl gesagt, ich sage nicht, dass wir es tun werden. Wir werden es untersuchen und die Beendigung der WHO-Finanzierung prüfen. Ich habe auch mal so eine richtig geile, so ein Breakdown von Trumps Rhetorik. Weil der sagt ja relativ viele Dinge, wie Tremendous und so, sagt er ja immer wieder das Gleiche. Und er sagt halt jedes Mal von Nobody could have known, also niemand hätte es wissen können, meint halt er konnte es nicht wissen oder er wusste es nicht. Und so einen übelst detaillierten Breakdown habe ich mal gesehen, fand ich sehr interessant. Weil er wirklich ein sehr beschränktes Vokabular hat, aber das kommt ja auch gut an beim gemeinen Plepp. Das ist ja auch an sich gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, ich höre seine Reden schon gerne. Ich finde es auch rhetorisch ziemlich interessant, weil es echt sehr einfach ist. Und man merkt leider, dass er eben doch irgendwie beim einfachen Volk gut ankommt. Und das einfache Volk wählt ihn ja irgendwie auch. Und wenn es so jemanden wie ihn gäbe, der sich einfach verständlich ausdrückt, aber irgendwie linke Ansichten hätte, wäre der auch so beliebt. Aber das beißt sich ein bisschen, weil linke Ideen oftmals nicht so einfach sind oder linke Lösungen. Ja, aber ich finde zum Beispiel Gregor Gysi, der macht das schon ganz gut. Der spricht halt trotzdem nicht wie ein Bauer, aber finde schon, dass er ganz gut einfach reden kann. Ja, keine Frage, ist halt kein Bauer, so wie Trump. Ja. Naja, aber damit wird halt das Argument, wer links redet, hat Schwierigkeiten, einfach zu reden, da einfach ein bisschen ausgehebelt. Weil den Punkt von Robin finde ich schon valide. Nee, aber diese Einfachheit, die Trump an den Tag legt, ja, mit seiner Rhetorik. Es geht ja auch einfach um dieses, ja, populistische halt, nicht so mit Stock im Arsch zu reden. Das ist ja sein großer Vorteil, dass er halt wirklich wie der Assi in der Kneipe nebenan halt einfach redet. Und dadurch einen ultra krassen Vorteil hat gegen diese ganzen verstockten und, oh, wir machen jetzt hier mal Politik. Da ist ja völlig egal, was seine Politik ist. Und wenn der, wenn der die Person an sich angreift, kommt das natürlich gut an bei den Leuten, die das feiern, so. Und wenn es, wenn es nicht so gefährlich wäre, würde ich es halt auch super geil finden oder entertainend, ne. Also ich, ich bin gespannt, wie er jetzt mit Joe Biden umgehen wird, weil wenn die beiden auf einer Diskussionsebene sich treffen, äh, international ausgestrahlt im Fernsehen, ich glaube nicht, dass das gut endet für Joe Biden. Ja, wollte ich gerade sagen, der Joe Biden, das ist ja auch der Lieblingskandidat von Trump sozusagen. Er hat ja auch selber gesagt, dass er sich am liebsten Joe Biden wünscht, weil der ihm nicht gefährlich ist. Der wäre wohl, äh, nicht ganz klar im Kopf. Ja, das ist Hillary 2.0 so ein bisschen. Womit wir beim Thema der Woche sind, für mich zumindest, Bernie Sanders ist raus. Tut mir sehr leid. Ach, das ist doch alles scheiße. War natürlich... Es kann, es kann nicht sein, dass, dass Trump nochmal antreten kann, so. Ja, also ich habe nach wie vor auch noch die Bedenken, dass selbst wenn Joe Biden gewinnt, dass es dann irgendwie heißt, ja, äh, Corona, Krise, bla, äh, wir müssen das jetzt mal, also es gibt solche Gesetze in Amerika, dass der Präsident dann länger im Amt bleibt in der Krisenzeit, wenn zum Beispiel Krieg ist oder so. Und, äh, da habe ich immer noch... Also es ist wirklich sehr ungewiss, dass, dass, äh, Bernie Sanders wahrscheinlich nicht mehr Präsident wird, außer Joe Biden, krepiert an Covid-19, äh, war relativ abzusehen. Aber jetzt, da er offiziell raus ist, sind natürlich die Gemüter getrübt. Ich sage aber, so schlimm ist das alles nicht, denn er hat trotzdem ganz viel angestoßen. Denn alleine heute Morgen habe ich gelesen, Joe Biden hat, äh, eingelenkt und Ideen von Bernie Sanders zumindest zum Teil übernommen, erstmal natürlich nur auf, äh, theoretischer Ebene, äh, und zwar die, den Student-Debt, also die, die Studenten-Schulden zu tilgen und, äh, die, die Medicare heißt es da. Ja, es ist so eine Art Krankenversicherung, das auszuweiten. Ist nicht ganz das, was Bernie Sanders mal, äh, vorgeschlagen hat und es ist auch aktuell noch so, dass man dann hinterher sagen kann, ach ja, aber die Republikaner haben dagegen gestimmt, also gibt's das nicht. Das ist alles noch ein bisschen wackelig, aber es ist zumindest so ein bisschen in die Richtung. Man will ja jetzt die Progressiven und die, die Standard-Demokraten quasi unter einer Flagge einen. Und, äh, mal schauen. Ich will jetzt auch nicht wieder zu viel über US-Politik reden, das ist ja vielleicht nicht für jeden was. Deswegen ganz kurz zurück zu Sachsen. Wir waren halt noch gar nicht bei Sachsen, aber feuerfrei. Richtig. Ja, weil die wollen jetzt die, ähm, die Schulen wieder langsam öffnen, tatsächlich, haben sie jetzt als erstes angekündigt, zumindest für die, die Abschlussklassen. Die gehen wieder in die Schule. Also in Freital können sie von mir aus alles aufmachen. Warum? Solange sie Freital an sich zulassen, gerne. Ja. Kennst du Freital nicht, Tino? Natürlich kenne ich Freital. Ach so. Ich als alter... Liebst du Freital? Was? Liebst du Freital? Äh, nein. Verlass uns bitte. Dann kannst du Freital verlassen. Wer Freital liebt, soll Freital verlassen. Oh ja, danke fürs Witz erklären. Oh Mann. Ja, also Sachsen. Ja, Sachsen sind die Ersten, die jetzt wieder sagen, los geht's. Äh, die Schulen gehen auf und das finden die Schüler auch ganz gut, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber es ist doch nicht schlau. Weiß ich nicht, ob das schlau ist. Ich glaube auch nicht. Ich find's auch zu früh. Ja, ich würd halt lieber ein Stück zu lange, als ein Stück zu kurz machen, ne? So ist es. Wie beim Sex auch. Also ich weiß nicht, also ich hab jetzt mit 1, 2 Leuten geredet, die gerade so ein bisschen Schule quer übers Internet betreiben und die sagen, das ist jetzt nicht so übel. Also die machen dann tatsächlich, die haben teilweise Lehrer, die Livestreams machen und sowas. Das ist schon ganz geil. Also die Frage ist ja, wie der... Das geht ja eigentlich auch heutzutage alles. Ja, und die Frage ist ja, wie der Lerneffekt ist dadurch. Ich weiß ja, dass die Lehrpläne ja sehr fett sind und die Lehrer nicht hinterherkommen, das zu vermitteln. Ganz ehrlich, wenn ich nicht hätte in der Schule sitzen müssen, sondern zu Hause hätte in meinem Bett hocken können und meinem Lehrer im Livestream zugucken können, dabei irgendwie ein Eis fressen oder so. Alter Schwede, ich hätt so viel besser gelernt. Nee, das ist so. Und das Ausmaß an Lerneffekt liegt ja auch gewissermaßen bei dem Engagement des Schülers. Ich meine, wenn der sagt, okay, Livestream zu Hause, ich mach den jetzt an und gehe irgendwo anders hin und mach meinen Scheiß, dann würde der in der Schule halt auch wahrscheinlich nicht deutlich besser zuhören. Ja, alleine das, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er deutlich... Irgendwie die Schulstunde des Lehrers als Podcast beim Joggen hören oder was weiß ich, das ist doch geil. Aber du kannst doch nicht acht Stunden joggen. Ja, nicht acht Stunden, aber was weiß ich. Ich meine ja nur, es ist eine Möglichkeit. Dann hörst du es als Podcast. Ich glaube, das würde sich mehr einprägen. Ich saß halt in der Schule und hab gepennt oder gemalt oder geschrieben. Aber du warst wenigstens da. Ja, eben. Das ist halt der Punkt. Das ist aber nichts wert gewesen. Eben, das ist der Punkt. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lass mal über die wirklich wichtigsten News der Woche reden. Ja. Herr Newstime ist zurück. Er war gerade mal eine Woche nicht da und jetzt ist er zurück. Und kurze Zeit später, was ist passiert? Er hatte einen kleinen Skandal. Habt ihr es mitbekommen? Hab ich das nicht mitbekommen? Ich glaube nicht. Was war denn los? Hatte er Corona? Nein. Er hat in seinem Twitch-Livestream sehr viel getrunken. Hat einen 13-Stunden-Stream gemacht und dabei sehr viel gesoffen. Hat dabei ein Video geschaut von diesem einen Typen von Pete Smith und Hand of Blood. Wie sie... Also er kannte das bis dahin nicht. Da ging es um seine Rede zu Artikel 13, wo er wie Hitler klingt. Ihr erinnert euch, ne? Natürlich. Gestern, nicht gestern, letztes Jahr um die Zeit. Genau. Und das hatte dieser Pete Smith-Typ live gestreamt. Ist dann in die Crowd gegangen. Hat zufällig Hand of Blood getroffen. Und der hat dann gesagt, ich gehe jetzt an dieser Stelle, weil hier gerade irgendwie das Vierte Reich ausgerufen wurde oder irgendwie sowas. Und das wusste Hand of Blood bis dato nicht. Und hat das gesehen und ist übelst ausgerastet. Das wusste Herr Newstime nicht. Äh, meine ich doch, ja. Herr Newstime wusste das nicht. Ist übelst ausgerastet. Er hat gesagt, ja dann geh doch. Du hast überhaupt nichts gemacht für Artikel 13. Und dann ist so 10 Stunden Stille, äh, 10 Sekunden Stille. Missgeburten. Sorry. So. Und dieser Clip ist in YouTube Deutschland relativ viral gegangen. Oder auch in Twitter Deutschland. Nichts mitbekommen. Nichts mitbekommen. Hand of Blood fand es tatsächlich sehr, sehr witzig. Ich fand es natürlich auch witzig. Aber er hat sich natürlich sofort ganz doll entschuldigt. Und oh, das hätte nicht passieren dürfen. Und dann gab es ein exklusives Interview mit Mr. Trashpack. Und alle haben sich aufgeregt. Und alle haben sich gefreut. Und meine Güte. Mr. Trashpack? Was hat denn der jetzt damit zu tun? Naja, Herr Newstime kann ja sich selbst nicht interviewen. Da gibt es nur zwei. Ach so. Deswegen ist er zunächst besser. Oh, come on. Ist das lächerlich. Es ist halt echt so. Also Platz 1 ist Herr Newstime. Platz 2 ist Trashpack. Und Platz 3 ist Michael Stürzenberger. Mehr gibt es nicht auf YouTube. Stimmt. Die YouTube-Journalisten. Ja, auf jeden Fall großes Ding. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Finde ich aber auch wieder so witzig, ne? Ja, ich finde es auch geil, dass man über sowas mal berichten kann. Und nicht immer die ganze Zeit, ja, der ist an Corona gestorben. Und die Queen lebt immer noch. Toll. Gab es für ihn irgendwelche Konsequenzen für die Aussage, das sind Missgeburten? Nee, gar nicht. So. Und wenn sie es selbst lustig fanden, ja, meine Güte. Ja. Also, ich glaube, sie hatten halt Verständnis, weil er besoffen war. Und weil er halt, also weil er so eine Figur ist wie, er ist ja schon so ein bisschen lächerlich irgendwie. Also so ein bisschen, man kann ihn nicht so ganz ernst nehmen, ne? Wenn das jetzt wiederum irgendwie ein Drachenlord oder sowas gemacht hätte, wäre es was anderes irgendwie. Also, glaube ich, das wäre in der Wahrnehmung anders gewesen. Da hätte sich ein Hand of Blood dann auch mehr aufgeregt, keine Ahnung. Er ist halt so pseudo-seriös, Herr Newstime. Ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht sehr sympathisch. Ja, ich finde ihn okay. Manchmal gucke ich auch seine Sachen. Aber ich finde es im Allgemeinen nicht allzu klug, sich in einer Live-Situation zu betrinken oder überhaupt in den Zustand zu bringen, wo man impulsiv ist. Ja. Aber darf man das denn auf Twitch? Darf man sich denn betrinken? Eigentlich nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich so ein bisschen fragwürdig finde. Na gut, über 13 Stunden hinweg ist es vielleicht nicht so wild. Ich weiß es nicht, weil es da halt verteilt ist. Aber eigentlich, du darfst auf jeden Fall keine Sauf-Streams machen. Keine Ahnung. Aber er hat keine Konsequenzen. Ich glaube, wenn, dann hat er jetzt mehr Zuschauer auf Twitch. Das ist auch so unfassbar, ey. Die Leute kriegen nicht genug davon, wie Herr Newstime am Singen ist. Jeder Stream von dem ist, oh ja, ich singe, ich singe, ich singe. Kann der singen? Nee, nee, der macht halt Karaoke. Aber halt super schlecht. Oh Gott. Aber ich finde, dieser Witz ist halt dann auch nach, keine Ahnung, spätestens einer Stunde ist er dann verbraucht. Singt er halt, singt er an sich nicht gut oder singt er absichtlich schlecht? Ich glaube, er singt an sich nicht gut. Okay, aber gibt er sich Mühe? Ich denke schon. Im Rahmen seiner... Weil wenn halt Leute so irgendwie zum tausendsten Mal irgendwie take on me und haha, ich kriege die hohe Stelle nicht hin machen, dann finde ich das auch nach fünf Sekunden nicht lustig. Ja. Aber kennt ihr noch von früher diese Sendung auf Viva? Shibuya oder wie die hieß? Shibuya ist ein Stadtteil von Tokio. Ich war schon mal in Japan. Ja, ja, ja. Echt in Japan? Aber ich meine jetzt die Sendung auf Viva, das war so eine Karaoke-Show. Kenn ich nicht. Da mussten so... Erzähl mal kurz. Da mussten so drei Personen oder vier Personen, ich weiß gar nicht mehr, von einer Jury bestehend aus Joachim Deutschland, Gölzjan und... Ich glaube, ich nenne mich Robin Japan. Wie heißt denn der kleine Sänger? Ich weiß ja nicht mehr. Und die mussten dann quasi von den... Frodo. Genau, Frodo war es. Und die mussten dann von diesen drei Leuten dann singen und da gab es halt immer einen Gewinner. Da habe ich immer nicht verstanden, warum man dann Karaoke bewerten kann. Also es kamen immer die weiter, die gut singen konnten, aber das war ja eigentlich ein Kontrahent, also als Kontrahent gedacht zu DSDS, aber irgendwie haben die nur die Menschen weitergelassen, die gut singen konnten, aber nicht die, die entertainen konnten. Hä. Das war ein bisschen seltsamer, obwohl es ja eine Karaoke-Show war. Ich sag mal, der Fakt, dass es mir nicht im Gedächtnis geblieben ist und ich es überhaupt nicht kenne, spricht ja dafür, dass es eine schlechte Konkurrenz zu DSDS war. Ne, es hat viel kleiner gewesen als DSDS. Ja, ich habe Viva wenig geguckt. Also als ich in das Viva- und MTV-Alter kam, gab es die, glaube ich, in der Form gar nicht mehr. Lass mal noch über ein paar andere schöne, absurde Dinge reden. Das macht mir gerade Spaß. Da können wir etwas von dem C-Wort ablenken. Ja, was der Tino redet, ist wieder uninteressant, was der Robin hat, ist wieder ganz toll. Ist okay, wir reden über deine Sachen. Wir haben doch gerade festgestellt, dass außer Tino keiner diese Sendung kennt. Ja, und vielleicht will er trotzdem in Kindheitserinnerung schmelden. Dann kann er das privat tun. Ja, es gab eine Asiatin, die ganz oft gewonnen hat. Achso. Oh, Asiatin. Siehst du, da werden die Lauschen wieder ganz groß. Hm. Nicht nur die. Okay. Ich habe ein Video in die Oase geschickt. Ihr habt es wahrscheinlich nicht angeschaut. ASMR geht einen Schritt zu weit. Habt ihr das Video gesehen mit der... Ich habe nur ein Thumbnail gesehen und habe gedacht, nee, sowas ähnliches fand ich schon mal nicht geil. Hab nicht drauf gedrückt. Auch da geht es um einen Asiatin. Ist es die Alte, die irgendwelche Meereslebewesen quält? Exakt. Was? Warum gibt es das? Ohne Scheiß. Millionen Aufrufe, wie sie irgendwelche Oktopoden und andere Tintenfische und irgendwelche Lorchviecher und Aale auseinander nimmt und genüsslich reinschlürft. Es ist absurd. Ja, aber die tötet ihr halt nicht, wie man sie töten sollte. Ja. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich habe es halt sofort abgebrochen, wie ich gesehen habe, in welche Richtung das geht. Ja. Und habe nur die Kommentare gelesen und da steht ganz, ganz viel so Tierquälerei und so. Und da habe ich gedacht, nee, muss ich nicht haben, will ich gar nicht wissen. Ja. Die macht das tatsächlich schon eine Weile, aber diese Woche ist es relativ groß geworden, weil unter anderem H3H3 ein Video dazu gemacht haben. Äh, die sind nämlich jetzt aus der Babypause zurück. Die haben früher schon sehr viele solche kontroversen Sachen, äh, gut beleuchtet. Und dadurch ist das ganz schön durchgestartet diese Woche. Ich weiß nicht, ob YouTube dann vielleicht da jetzt in irgendeiner Form einen Riegel vorschiebt. Aber es ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn, äh, quasi Landesrecht gilt und nicht internationales. Weiß ich nicht. Also... Also da, wo die herkommt, darf man Tiere quälen oder was? Vielleicht. Also bis vor kurzem durfte man offiziell ja auch diese ganzen, äh, nicht so geilen Dinge in China machen, die vielleicht das begünstigt haben, dass wir jetzt so eine Pandemie haben. Äh, diese Wet Markets, die es da gibt. Und, äh, das passt auch gerade dazu. China hat jetzt gesagt, äh, Hunde sind jetzt Companions, also Begleiter. Und das Essen von Hunden ist jetzt unethisch. Ach nein. Also... Ja, ich sag doch, das, äh, bringt ziemlich viel gute Entwicklung mit sich, die, äh, die Krankheit, das Virus. Aber wir wollen ja weg davon. Ja, man, man, man hofft, dass es auch durchgesetzt wird. Das ist ja jetzt erstmal nur so, weißt du, in zehn Tagen vielleicht irgendwie ein bisschen PR aufgebaut und dann, ja, scheiß drauf. Wir hatten das ja auch letzte Woche, dass so eine Stadt diese... Ja, ich werd mit China auch nicht wirklich warm, sowas stört mich halt mega. Ja. Ich gönn's den Hunden. So, aber das meine ich halt, äh, die, um die es jetzt geht, war, glaube ich, Koreanerin, ich weiß es gar nicht, oder die Thailand? Ich weiß es nicht genau, sie ist so young oder so, ist ja auch egal, ihr müsst es euch auch nicht unbedingt anschauen. Auf jeden Fall, wenn's halt innerhalb des Landes irgendwie okay ist, ist es halt schwierig dann international, ne? Ja, rechtlich gesehen zumindest. Ich find's aber ethisch gesehen jetzt nicht so geil. Und es ist ja auch einfach abartig, also ich, ich, ich versteh nicht, wie Leute sich... Also ASMR soll ja in irgendeiner Form entspannen oder stimulieren oder so, aber das ist doch einfach nur abartig. Ich will doch schon Leute nicht... Was hat sie denn gemacht? Hat sie, hat sie irgendwie Tittenfischgeräusche in das Mikrofon gemacht? Nein, sie schlürft halt diese Tentakel dann rein und, und kaut drauf rum und ich will ja schon Leute nicht hören, wie sie normal essen. Und da will ich erst recht nicht hören, wie die irgendwelche schlimmerigen Meeresgetiere in ihr... Und dann hat die einmal so ein Vieh so am Mund und dann kriecht der Tentakel in ihr Nasenloch rein. Das ist alles so widerlich, Alter. Aber Millionen Aufrufe. Ja, wer dazu einschlafen kann. Ich find's klar, zum einen muss man darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt und es nicht geben sollte. Zum anderen tun wir jetzt grad nix dafür, dass es irgendwie aufhört. Aber ich frag mich, was man tun kann, damit sowas halt beendet wird. Und ich weiß halt nicht, was passieren würde, wenn ihre Videos einfach durchgehend gemeldet werden von vielen Leuten. So, da muss ja YouTube irgendwann sehen, ja gut, das kommt irgendwie nicht so gut an. Vielleicht sollten wir das mal überdenken. Ist das eine Art von Aufruh von uns? Naja, doch. Also Leute, wenn ihr wirklich dazu angehalten, wenn ihr durch diesen Podcast darauf kommt, das Video anzuschauen, dann überlegt euch vielleicht, ob das eine gute Idee wäre, das zu melden. Vielleicht seh ich jetzt auch einen Aspekt gar nicht, ja. Und vielleicht ist es auch voll okay und ich bin einfach nicht Vogue genug, um das zu verstehen. Nein, die quälen Tiere. Aber ich find's nicht so geil. Das ist nicht Vogue. Oder Hip. Ja, aber nur unsere westliche Definition von Tiere quälen, Tino Edge. Das ändert nix. Also ich glaub nicht, dass östlich auf der Welt lebende Tiere irgendwie weniger Schmerz empfinden haben oder so. Weißt du's? Vielleicht ein bisschen. Natürlich weiß ich's nicht, aber keiner weiß das. Wir könnten davon ausgehen, dass es einen Grund dafür gibt, dass gemeinhin Tiere den Anschein erwecken zu lassen, dass sie Schmerzen empfinden, als Quälerei definiert werden könnte. Ja, das war ja jetzt auch nur halbwegs provokant, ein bisschen dumm, weil die Gegenseite beleuchtet. Ja klar, provozier gerne, das regt mich ja auch zum Denken an. So, ähm, der Punkt ist ja auch einfach, dass diese Tiere super intelligent sind und dass es einfach auch Lebensmittelverschwendung ist, schon allein, das ist einfach rundum einfach dumm. Aber sie ist es doch. Aber der Punkt ist halt auch, sie hat ein großes Publikum. Sie hat echt, also keins der Videos ist mehr als 50% negativ bewertet. Sie hat sehr viele sehr positiv bewertete Videos. Das kommt schon gut an in irgendeiner Form. Also gibt's sehr viele kranke Menschen. Das finde ich halt das Harte. Gut, da frage ich mich halt auch, wie viele dieser Likes echt sind und was für Leute dahinter stecken, klar, weil ich sehe nicht die Situation, wo mir jemand an der Kneipe erzählt, ey, ich gucke neuerdings diese Videos, wo jemand irgendwie einen Tittenfisch da ziemlich krass umdringt, so. Gibt ihr das auch mal? Ja gut, vielleicht sind das sehr, sehr viele Menschen aus der östlichen Welt, sag ich mal. Ja, aber in einer Welt, wo es so Homepages gab wie Rotten und so weiter, kann es schon sein, dass die Menschen sich immer mehr aufpeitschen, mit solchen ekligen Sachen und immer mehr wollen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute das gar nicht... Aber man schaut sich doch keine... Dann möchte ich aber, dass solche Sachen auch auf Rotten bleiben und nicht auf YouTube kommen, wo es nochmal einem breiteren Publikum möglich gemacht wird, das zu sehen und darauf zu stoßen. Es wird halt immer normaler. Dann soll das vielleicht so eine zwielichtige Seite bleiben. Also ich glaube, die wenigsten Leute, die sowas wie Rotten.com angesteuert haben, haben diese Inhalte geschaut und würden da ein Like dalassen, sag ich mal. Weil alleine halt dieses... Man guckt sich das dann halt an, um irgendwie schockiert zu sein, aber nicht so, yo geil, gefällt mir. Ja, als Mutprobe, als damals, wo man das mal jemand gezeigt hat, um cool zu sein oder sowas halt. Und außerdem, ich finde es halt so tragisch, ich finde es so tragisch, weil es halt so dämliche Doppelmoral auf YouTube gibt, was andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Mimi, wurde ja auch jetzt wieder irgendwie weggestrikt, weil er halt Leute irgendwie angeblich cybermobbt, so. Wenn er halt aufklärt über Dinge, die andere Scheiße machen, das ist nicht okay, aber das mit dem Scheiß-Tintenfisch ist okay. So, und das ist halt so ein bisschen... Ich bin auch mehr und mehr der Überzeugung, dass YouTube keine gute Plattform ist und dass dieses ganze Google-Ding, ich finde es auch nicht mehr geil. Ich fand halt Google mal eine krasse Sache so, aber das hat es, gerade durch diese YouTube-Sache hat es das für mich halt komplett zerstört. Google hat sich voll verändert. Sie sind halt einfach konkurrenzlos und können machen, was sie wollen, das ist einfach das Problem. Die Frage ist, sind sie konkurrenzlos? Wie lange bleiben sie noch konkurrenzlos? Irgendwann wird irgendwas kommen, was denen doch den Hals abschneiden kann. So, das gab es immer. Ja, aber wurde in der Vergangenheit halt sehr oft gesagt und ist nicht passiert und deswegen, glaube ich, schon haben sie eine gewisse Sicherheit. Natürlich, natürlich. Vielleicht war YouTube einfach noch nicht scheiße genug, dass ich so ein SIP oder was auch immer da durchsetzen konnte. Ja. Also das ist natürlich schade, aber ich will es jetzt auch nicht zu pessimistisch gestalten, weil es gibt ja trotzdem coole Leute noch auf der Plattform, so. Aber die Plattform an sich, ja. Genau, um die Leute geht es ja nicht zwangsläufig. Es geht einfach darum, dass diese Firma, sage ich jetzt mal, einfach scheiße wird. Lass mal über andere witzige Scheiße reden, oder? Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Das habt ihr, glaube ich, auch beide gesehen. Tino, ich weiß nicht, ob du bei mir im Livestream warst zu dem Zeitpunkt. Dieser Pastor Kenneth Copeland ist auch viral gegangen diese Woche, weil er in die Kamera gepustet hat. Ja, großartig, großartig. Den Wind Gottes hat er in die Kamera gepustet. Hat es was genutzt? Großartig, wie Herodes schon sagt. Er hat was genutzt, oder? Also ich fühle mich super. Ja, erklär es mal für die Zuschauer, für die Zuhörer, die das nicht gesehen haben. Also, Kenneth Copeland ist ein TV-Pastor, der 700 Millionen Euro an Net Worth hat und der stellt sich vor die Kamera und hat für ein Millionenpublikum immer dann so Reden gehalten und sagt so, ey, dies und das müsst ihr machen. Und Gott wird uns alle erlösen, wie man das halt so kennt aus Amerika. Der hat unter anderem in der Vergangenheit so Dinge gesagt wie, ja, hier, ihr meine treuen Gefolgsleute, bitte crowdfundet mir mal einen Privatjet, denn ich möchte nicht mit Dämonen in einer Röhre sitzen müssen. Also sprich mit anderen Menschen in einem Flugzeug. Mit solchen Sachen ist er halt kontrovers bekannt geworden. Aber er hat trotzdem eine sehr große Volkschar hinter sich. Und in Zwischenfrage, hat er sein Jet bekommen? Ich glaube nicht, nee. Die Leute, die da zuschauen, sind meiner Meinung nach nicht die reichsten. Das sind, glaube ich, wirklich sehr arme und nicht ganz so privilegierte. Aber gerade die geben noch gerne ihren letzten Cent für irgendwelche Fernsehhelden. Ja, naja, auf jeden Fall hat er jetzt noch eine Rede gehalten und hat quasi für uns alle das Corona-Problem gelöst. Er hat nämlich gesagt, der Wind Gottes zieht dich in die Knie, Knie vor mir nieder und verrecke sozusagen. Ja, ich verlange, dass der Corona-Virus eingestellt wird. Genau, und er hat halt so vier Leute noch hinter sich stehen und die pusten auch mit. Also die wiederholen alles, was er sagt und pusten dann auch so, aber so halbgar. Das ist so schlecht alles. Aber immerhin witzig. Wäre es okay, wenn du das Video verlinkst, weil das darf man eigentlich keinem vorenthalten. Kann ich unter dem Podcast verlinken, ja. Okay, ich erinnere dich. Aber auch ein Berliner Pastor und eine Kirchengemeinde ziehen auch vor Gericht derzeit, weil sie Ostersonntag nicht in die Kirche dürfen. Nein! Und ja, Gottesdienste werden verboten, aber in allen Kirchen, also in allen religiösen Gemeinden, also auch Synagogen und Moscheen haben alle zu und die klagen jetzt dagegen. Und ich muss sagen, man kann sich auf nichts mehr verlassen, ja. Also weder Gott noch der Markt regeln irgendwas. Oh Gott, Alter, nein! Die FDP rotiert. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich mit uns, Ostern ist schon das lameste Fest, was es gibt, oder? Naja, ich sag mal, seit letztem Jahr, wo es halt für mich einfach auch bedeutet, dass man die Familie mal wieder sieht, auch festlich, weil ich halt gerade weiter weg bin, ist es für mich halt seit letztem Jahr schon eine Sache, auf die ich mich ein bisschen mehr freue, als die Jahre davor, ne. Letztes Jahr war halt Anna da und dann sind wir gemeinsam halt heimgefahren und das war schon eine schicke Sache. Darauf habe ich mich tatsächlich gefreut dieses Jahr. Also ich finde Ostern, glaube ich, sogar weniger ätzend als Weihnachten. Echt, ja? Mhm. Aber dann ist das ja kein Alleinstellungsmerkmal. Dann ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, oder? Weil für Geburtstag oder Weihnachten, wie du sagst, könnte man ja auch Familie besuchen. Aber was ist denn das tolle Alleinstellungsmerkmal von Ostern? Außer, dass der Frühling anfängt, was ja geil ist, aber das hat nichts mit Ostern zu tun. Weil du mit der Familie im Garten bist, der wird dann gegrillt, da gibt es dann auch irgendwelche Bratwürste und Gemüse. Du bist ruhig, du isst doch nicht mal Ei, oder? Nee, das sowieso nicht. Auch keine Bratwürste, aber so, dass man irgendwie mit der Familie im Garten sitzt und so und quatscht und mit den Nachbarn vielleicht noch, das hat schon was. Also cooler als Weihnachten. Tino, musst du jetzt unseren Zuhörern den Mund wässrig machen, die dürfen doch dieses Ostern nicht mit ihrer Familie im Garten sitzen. Ja, aber das ist halt das, was, also gerade halt dieses Frühlingsding, hier scheint gerade halt theoretisch die Sonne rein, hätte ich nicht eine Mauer vor dem Fenster. Rote Fenster zur Nordseite. Ich sehe aber draußen halt die Sonne und so und das verbinde ich halt auch klar alles mit Ostern, ne? Es ist ja nicht nur das Fest, es ist ja auch was drumherum, es ist bei Weihnachten ja genauso. Dass man halt schon Wochen vorher den Glühwein hat und so weiter. Aber das Heiligabend finde ich zum Beispiel echt eher krampf, so. Ja, da ist halt dieses Geschenkding so irgendwie präsent, ne? Das ist bei Ostern weniger. Naja, es ist auch so, dass meine Familie eher nicht den Eindruck ermittelt, dass sie richtig Lust hat, sich zu treffen, sondern dass es einfach jetzt so sein soll. Ja. Und es ist eher so, oh wie stressig, jetzt kommen alle, bla, kek. Das höre ich aber sehr oft von Familien, dass irgendwie alle sich nicht leiden können und, äh... Oh Tino, du musst jetzt wieder ankommen, ja, meine Familie, die mag sich, toll. Also ich hab's halt echt so... Du bist alleine in der Welt mit diesem Phänomen, Tino. Ich hab's nicht anders kennengelernt tatsächlich, ich höre das in letzter Zeit sehr oft, dass die Leute sagen, geil, ich muss meine Familie nicht sehen und das Tourneum, alle nur so könnten die sich leiden. Und das hat bei uns irgendwie ganz anders gewesen. Ich weiß nicht, was bei uns kaputt ist, bei den Ranachers. Ja Tino, äh, ich hatte eine wohl behütete Kindheit, äh, mich hat keiner geschlagen, äh, jetzt hör auf, hör auf mit dem Wundwässrig zu reden. Ich will ja nicht angeben. Aber, ja, äh, ich spreche mal noch eine Sache an, auf Netflix ist gerade Tiger King krasser Hype, diese Woche habe ich echt viele auch angeschrieben, auch im Stream soll ich darauf reagieren, was halt Quatsch ist. Netflix zu gucken im Stream. Äh, und ich hab die erste Folge jetzt gesehen, es ist halt nicht so spektakulär für mich. Also vielleicht wird's noch geiler, keine Ahnung. Es geht im Grunde einfach um eine Person, die, ich glaub 92 Tiger hat, ein Amerikaner, der ist halt ein super crazy Typ so, aber ist jetzt für mich nicht das größte Highlight. Es beleuchtet halt irgendwie diesen skandalösen Umgang mit Wildkatzen in Amerika, weil das irgendwie, den gibt's wirklich, ja, ja, ist halt schon eine Doku. Ach so. Oder eine, ja, eine Miniserie quasi, aber mit dokumentarischem Charakter. Was macht er mit den ganzen Katzen? Krasser Hype und ich kann's nicht ganz nachvollziehen, vielleicht guck ich noch zwei, drei Folgen, aber die erste hat mich jetzt nicht so gehuckt. Du, äh, du, da ist halt nichts, was du noch nicht gesehen hast. Ja, gut, crazy Amerikaner, die dumme Sachen machen und irgendwie, wow, er hat einen Tiger in seinem Kofferraum. Keine Ahnung, aber hat mich nicht so abgeholt. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer das ist, aber, ähm, klingt an sich, an sich erstmal ganz spannend, also so einen, so einen verrückten, extrovertierten Typen da zu, zu beleuchten. Wie viele Folgen gibt's davon? Weiß ich grad nicht, aber ich würd sagen, acht. Das ist jetzt grad mal meine Schätzung. Aber das wurde auch überschattet vom Release von Final Fantasy VII. Vom Remake von Final Fantasy VII. War Final Fantasy, da bist du, glaub ich, auch raus, Tino, aber für Herodes vielleicht, war Final Fantasy was, was dich irgendwie gehuckt hat? Nee, oder? Ähm, objektiv, denk ich, das ist wirklich ein ziemlich gutes Game. Für mich war's zu lang. Ich hab's nicht durchgespielt. Ich hatte dann irgendwann, also, ich fand's nicht schlecht, es hat mir Spaß gemacht, aber es hat mich nicht gehuckt, dass ich all die Zeit, die es brauch, investiere, um das Spiel durchzuspielen. Ach, du hast das Original-Tatsächliche gespielt. Hast du mir das nicht sogar geborgt damals? Kann sogar sein, ja. Die PS1, weiß ich nicht mehr genau. Schön auf vier CDs, geil. Genau, und ich bin, glaub ich, zur zweiten CD gekommen und hab dann irgendwann aufgehört, ähm, aber ich glaub nicht mal, weil ich nicht weitergekommen bin, sondern wirklich, weil ich dann einfach nicht mehr den Drive hatte, weiterzuspielen. Okay. Ja, ich bin ... Aber das ist ein gutes Game, es macht Spaß, gar keine Frage. Ich bin ein bisschen gespannt so, aber ich werd mir den neuen Teil jetzt auch erstmal nicht holen. Es ist auch ewig her, dass ich mir das letzte Mal ein Spiel für einen Vollpreis geholt habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, welches das war. Wahrscheinlich irgendwie Metal Gear Solid. Nee, ist auch Quatsch. Keine Ahnung. Also für The Last of Us 2 wär ich auf jeden Fall bereit, aber das wurde jetzt leider auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir sind alle bereit für The Last of Us 2, es wird so großartig. Ja. Ich möchte, pardon, ich möchte noch ergänzend dazu sagen, ich hab ja auch, äh, Xenoplade Chronicles, äh, gespielt und glaub, Dragon Quest, ich muss noch ganz kurz gucken. Ähm, das sind beides nochmal RPGs, bei denen halt genau dasselbe galt. Die hab ich gespielt, die haben mir super Spaß gemacht, aber irgendwann hab ich halt aufgehört. Das heißt, es liegt schon an mir und nicht an dem Game, dass ich's nicht durchgespielt hab. Okay. Ja. Also das Remake ist, ich find's ein bisschen uncool, weil das Remake ist eigentlich nur 10% des Originalspiels ungefähr und ist quasi, wenn's zu Ende ist, nicht abgeschlossen. Ähm, aber da ich's noch nicht gespielt hab, kann ich mir jetzt keine Meinung bilden, aber das hat auf jeden Fall die Entertainment-Branche so ein bisschen, äh, dominiert diese Woche. Resident Evil 3 kam auch, aber das war irgendwie nicht so auf dem Radar. Äh, aber ich glaube, Spiele haben halt grad auch echt ein bisschen, bisschen mehr Win-Win. Die Filmindustrie ist, glaub ich, mehr am Arsch, weil Homeoffice, Videospiele programmieren, ist eher möglich als irgendwie, Tino, du bist doch so ein Schauspieler-Mensch. Ja. Du bist ja jetzt arbeitslos, quasi, was das angeht, oder? Ich glaub halt wirklich, dass du, wenn das jetzt noch eine Weile geht, so dann irgendwie in ein, zwei Jahren merkt man so ein Loch, wo dann fast keine Filme rauskommen. Bei mir sind auch schon zwei Projekte abgesagt worden, tatsächlich von Filmen, wo ich, ähm, Rollen gespielt hätte. Auch eine Theaterproduktion, an der ich beteiligt gewesen wäre, ist jetzt erstmal weggefallen. Und ich hab gelesen heute, dass auch GZS-Set gerade gestoppt ist. Die haben noch durchgebrochen. Und jetzt haben sie wohl auch den Dreh gestoppt vorübergehend. Da wäre meine nächste Frage, what the fuck, das läuft noch? Ja. Alter. Die, die, die Dingsstraße, wie heißt die, die Lindenstraße, oder war das Lindenstraße, die wurde jetzt endlich beendet. Nach 30 Jahren oder so, 8000 Folgen. Völlig unterschätzte Serie. Ach, ich kann Deutsch in meinem Schauspiel nicht zuhören, sorry, Tino. Tja, selber schuld. Aber wir haben eine Sache aus Deutschland, die beste, die beste deutsche News diese Woche, haben wir noch gar nicht besprochen. Nicht, nicht schon zum nächsten Thema. Doch. Ich wollte nur noch einen Satz sagen, solange Sturm der Liebe läuft, weiß ich, dass meine Oma sicher ist. Ach so. Oh, okay. Nein, aber wirklich, wir haben nicht mehr so viel Zeit und diese News muss besprochen werden. Okay. Ein Video aus Fürth, also Tino hat es auf jeden Fall gesehen, ich glaube, dir hatte ich es auch geschickt. Ein nackter Mann wirft 27.000 Euro vom Balkon und bittet um Liebe. Kennst du das? Wo war ich da? Oh fuck, da muss ich es dir schicken, das ist Gold. Tino, du kennst es auf jeden Fall. Ja, das ist großartig. Ich fand es nur schade. Der steht nackt auf seinem Balkon und sagt, ihr müsst ficken, ihr müsst ficken, liebt euch, liebt euch und wirft halt sein ganzes Geld aus dem Fenster. Das hast du mir geschickt, aber ich habe es nur so überskippt, das mit dem Geld habe ich gar nicht gesehen. Alter, das ist großartig. Also das ist wirklich seit langem die beste Sache, die ich aus Deutschland so mitkriege, was solche skurrilen Nachrichten angeht. Also zwei Sachen haben mich daran sehr enttäuscht. Die erste ist, dass es nur ein alter, nackter, schrumpeliger Mann war und kein gutersehender junger Mann. Und zweitens war das nicht in Weimar und ich konnte das Geld nicht auffangen. Ja, die Polizei hat aber gesagt, dass tatsächlich keiner versucht hat, die Scheine aufzuheben. Das hat mich überrascht. Wahrscheinlich, weil keiner auf der Straße war. Die Angst vor Corona ist so groß, dass die Menschen nicht mal das Geld annehmen. Aber auch geil, dass sie 27.000 Euro in Cash am Start hat. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlau. War das vielleicht Bill Gates oder so? Aber vielleicht ist dieser Mann auch gar nicht mal so schlau, wenn er solche Dinge tut. Well. Aber sehr reich. Okay. Die letzte. Vielleicht hat er auch das Geld nur von der Bank geliehen. Vielleicht, ja. Was haben sie mit dem Geld vor? Eine letzte Nachricht muss ich noch ansprechen. Dann müssen wir wirklich die Woche zusammenfassen und bewerten. Kennt ihr The Purge? Ein Film. Ja klar. Vielleicht von gehört. Geile Filme. Du kennst den. Erklär mal ganz kurz, was da passiert. Es geht darum, dass eine Regierung einmal pro Jahr eine Nacht macht, in der alle Gesetze erlaubt sind. Äh, äh. Alle Gesetze erlaubt sind. Davon habe ich nur gehört. Das habe ich nicht gesehen. Also es wird nichts bestraft, das heißt, wenn man irgendwie einen Groll gegen seinen Nachbarn hat, kann man den schnell umbringen und wird nicht dafür belangt. 24 Stunden lang. Nee, 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 das sind nur 12 Stunden. 12. Ach, stimmt. Es ist eine Nacht. Es ist die Nacht. Ich habe nur den ersten gesehen. Ähm. Und da gibt es so eine bestimmte Sirene, wenn die Purge beginnt. Und irgendeiner, irgendeiner, der so ein bisschen trollt oder vielleicht sich ein kleines Späßchen gemacht hat oder vielleicht auch keine Ahnung hatte, hat in Louisiana. Statt der Warnklingel für Corona, was auch immer das dann wäre, den Sound von Purge abgespielt. Und alle haben Angst bekommen. Nee, der Gag war ja auch, dass dieser Tag quasi jetzt gewesen wäre irgendwie Ende Mischung. Ah, okay. Wo hat er das abgespielt? Im Radio oder? Äh, nee, die haben doch so Sirenen überall. Auch wenn Tornadowarnung ist, hörst du da auch immer so Sirenen in Amerika. Das sind doch keine Lautsprecher, die MP3s abspielen. Das sind doch einfach so Sirenen. Das sind inzwischen nicht mehr. Warte, die alten sind wahrscheinlich so Dinger, wo du dran drehst, aber das gibt's gehaktiert auch mittlerweile digital. Oder halt verbunden an irgendeinem PC oder so. Ich hätte jetzt gedacht, die Dinger müssen eher einfach sein, aber krass, dass es sowas auch gibt. War auf jeden Fall sehr witzig, dass die Leute dann Angst haben, das erschossen zu werden. Gut, wurde sich entschuldigt, alles wieder gut. Was geht bei der Woche? War es eine 2 für dich, Herr Hodes? Ich finde, die war ein bisschen weniger langweilig als letzte, wenn man zum Beispiel sich den Bernie mal anguckt oder die Sache mit dem Boris. Ja, ja, ja. Schon mehr passiert. Meine Prognose übrigens, die erste weibliche Präsidentin in Amerika wird Alexandra Ocasio-Cortez, kurz AOC. Bitte unbedingt. Wenn Frauen sich so aussprechen lassen, dann müssen sie Präsident werden. Die ist halt gerade erst 30, das heißt, noch kann die es nicht, aber die ist aktuell super beliebt und hat halt einen super krassen Querstart in die Politik gemacht. Die war eigentlich eine Kellnerin und so und ist gerade krass am Aufsteigen. Das ist spannend. Und obendrauf sieht sie halt auch noch relativ gut aus. und ist Latina, was halt auch sehr relevant ist. Gut. Also du hast gerade dreimal das Gleiche gesagt. Sie heißt Martina Martinez ist Latina und sieht gut aus. Das ist alles dieselbe Aussage. That's racist. Okay. Natürlich. Positiver Rassismus. Ja. Und positiver Sexismus. Ich gebe der Woche eine 7, keine Ahnung. Ich fand die Rede von der Queen schön. Du gibst der Woche immer eine 7. Ja, aber das ist ja auch, man muss ja irgendwo, irgendwo muss ja, also Kompromisswertung 7 von 10. Irgendwo müssen die 7 hierher kommen. Also ich fand das Video mit dem nackten Mann super geil. Final Fantasy. Trump hat so einen Typen noch, das haben wir alles gar nicht angesprochen. Er hat so einen Typen von einem Boot gefeuert und dann hat die Navy, das ist egal. Ja, ich sage auch 7,5 vielleicht sogar, weil die Kondome knapp werden. Das ist für meine Arbeit sehr relevant. Aber sonst 7,5 finde ich gut. Dann würde ich, ich würde es gerne auf eine 7 runterziehen, weil ich habe noch hinreichend Kondome. Ja, ich auch. Okay. Gut. Schön, schön, schön. Geil, die Musik, Alter. Die Musik ist so laut. A cappella. Ich hoffe, das kann übereinander leben. Nee nicht. Okay, danke liebe Leute, auf Wiedersehen.